hey leute willkommen zu diesem video heute werden wir einmal diese dusche hier basteln und diese toilette hier ich wünsche euch viel spaß wir beginnen direkt hier mit der dusche dafür braucht ihr so ein karton da werdet ihr dann einmal ein stück reinschneiden das braucht dann für die bodenplatte und das müssen noch groß ausschneiden das konnte dann raushauen sowie das stück hier was wir für die seiten platte brauchen das klebe unten mit heißkleber zusammen und dann braucht ihr hier so eine glasscheibe das ist eine handy schutzfolie und die müssen dann passend zuschneiden und könnt ihr dann mit heißkleber an der seite festkleben dann nehmt eure scheibe und legt die da drauf so jetzt braucht ihr einen grauen karton und dann legt ihr dann hier drauf und schneidet den passen zu und klebt ihn dann unten rein das ganze braucht auch noch für die rückwand dann nehmt ihr ein lineal und zeichnet dort so ein paar fugen rein sieht es aus werden das richtig große platten für eine dusche und dann nehmt ihr euch so einen teil von einem schossack spielschneiden das passt zu und klebt das dann mit heißkleber hier an die wand und dann braucht ihr noch so ein schick das nehmen wir dann als hebel und oben eine duschbrause und dann ist eure dusche auch schon fertig ihr könnt ja noch ein shampon hinstellen und patrick kanala gut und perfekt duschen und wir beginnen mit der toilette dann nehmt hier ein zahnwasserdeckel und wieder diese pappding hier diese pappschachtel legt es da rein das rein damit es einen abdruck gibt dann legt ihr das da rein nehmt euch dann noch eine rückseite schneidet die passt hinzu und klebt die dann an und schon ist eure toilette fertig und eure dem figur noch knapp die toilette gehen ich hoffe euch hat dieses video gefallen da gibt doch gerne einen daumen nach oben und vergesst nicht den kanal zu abonnieren da war was kann man wie das mehr zu dir sagen tschüss bis zum nächsten mal